Oh, Leute, ich glaube, wir sind ja nicht angekommen, oder? Hä? Wo sind wir hier, Leute? Ja, Mann, aber wo sind wir hier? Hä? Ich glaube, das ist die neue Stadt! Na, Mann, so, Pans, ob die neue Stadt jetzt in Wirklichkeit ist! Ja, ich hab's euch noch nicht gesagt! Wir sind jetzt in der neuen Stadt, let's go! Let's go! Lass mal nicht, Mann! Das ist hier der Oberhammer! Und wir sind ja nicht die einzigen, die hier neu sind! Guck mal, wer hier noch ist! Wer? Unser Kumpel Ali! Ali! Was geht, Ali? Ali, was geht, Kumpel? Guck mal, hat schon Dönerwunsch da gelassen! Jom, 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 jom! Ja, gib mir auch meinen Dönerwunsch, Ali! Hier, für jeden von euch! Ja, gib mir auch meinen Dönerwunsch, Ali! Ja, ist hier auf, glaub, 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 glaub! Oh, lecker, 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 lecker! Der hat uns hier so gut aufgenommen! Danke, Ali, du bist der beste! Danke, Bro! Du bist der beste Freund! Aber, Leute, gleich kommt mein Mietwagen! Ich hab einen bestellt, und wenn wir zu unseren Häusern fahren, können! Was? Häuser? Häuser? Ja, wir alle haben jetzt ein neues Haus bekommen! Ja, Mann, ist ein Zock! Ja, ihr habt das bezahlt! Ich hab die Aufträge für euch gemacht! Hä? Ich hab gar kein Geld mehr auf dem Konto, Mann, ich bin pleite! Hä? Aber es tut mir leid, Mann, es tut mir leid! Oha, warte mal! Ja, der ist schon da, guck mal! Was ist schon da, Mann? Oha! Und da vorne ist ja ein Flughafen, Leute! Oha, wir hätten hier hinfliegen können! Oh Mann, warum sind wir mit der Bahn gefahren? Hä? Wegen der Umweltbahn? Was geht? Ja, genau! Let's go! Let's go! Lass uns unsere neuen Häuser fahren! Auf geht's! Oha, Leute, seht ihr es schon? Da ist das erste Haus! Was? Wo? 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 Oha, hier sind schon die ersten Häuser! Da hinten ist ein Haus aus Stein! Und was ist hier links? Oha, guck mal! Was? Was? Leute, das ist ja ein Palast, Mann! Hä? Wem gehört der? Wem gehört der? Ich glaube, er ist mir, oder? Hä? Nein, da kann ich von Leute hier sein, oder? Nein, 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 warte mal! Nein, nein, das ist so eine Bruchbude immer! Ja, ist so, warte, das ist bestimmt, das ist auch sein Haus, oder? Oder vielleicht das nicht? Ich glaube, das sieht wie meins aus und das sieht wie deins aus! Wo ist die einte aus wie deins? Nein, nein, so! Äh, warte mal! Hey, es ist echt mein Haus! Wir müssen prüfen, ob es deins ist! Warte mal, so! Ja, Ente! Du hast doch wieder eine Ente! Das ist dein Haus! Ja, aber das ist wieder so eine Ente, Mann! Was geht, Bro? Wie cool ist das denn? Ja, Mann! Leute, wenn ihr Ente das Haus sehen wollt, dann geht zu seinem Video, das ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt! Ja, Mann! Wenn ihr Einti das Haus sehen wollt, dann geht auf sein Video, ist auch auf seinen Kanal! Aber! Und ich werde ja zu meinem Haus gehen! Leute, viel Spaß, Mann! Ich bin so gespannt! Ich werde eure Videos gucken! Ja, werde ich so eure Aussehen noch im Häusern sehen! Ich bin so gespannt, wie eure Aussehen von innen! Aber okay, ich gehe jetzt rein, Leute! Tschüss! Ja! So, Leute, let's go! Das hier ist mein neues Haus! Das hier ist mein Eingang, oder was? Oha, sieht schon mal richtig krass aus! Aber okay, lass hier erst mal reingehen! So! Oha, guck mal, ist eine eigene Statue von mir! Und ich bin auf Revis Kopf, oder was? Oha, wie cool! Einfach hier so eine Statue! So, nice, das haben wir hier noch! Noch irgendwas? Das ist, glaube ich, Kunst! Keine Ahnung, was das genau sein soll! Sieht immer cool aus! Okay, Leute, dann geht's hier weiter! Ist das schon mein Haus, oder was? Was ist das hier? Ah, ich glaube, das ist meine Garage, oder? Das könnte meine Garage sein, Leute! Hier ist auf jeden Fall viel Platz! Hier kann ich nicht mal zwei Autos packen! Früher konnte ich ja nur eins packen! Nice, Mann! Wie cool! Dann werde ich mir später richtig viele zulegen! So, aber Leute, das ist mein Haus! Wie riesig ist das, bitte? Hä? Wie weit geht das? Ich hatte sogar einen Spielplatz, oder was? Leute, ich verstehe hier doch gar nichts! Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt hier beim Eingang rein, Leute! Es sieht schon krass genug aus! So, let's go! Lass einfach mal rein! Und hier... Oh, was geht denn hier? Das ist ja riesig! Hier ist so viel Platz, Leute! Oha, ich habe ein Klavier und so! Und hier ein Regal! Und da ist mein Wohnzimmer! Guck mal, und ich habe überall so Glaswände, oder was? Hier kann ich dann immer essen! Hier ist sogar schon was vorbereitet! So, hier ist mein neuer Fernseher! Oha, ist der größer als der Alte? Ich weiß nicht, das kommt mir so vor! So, lass ihn auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken! Nice, Mann! Und hier geht es sogar noch runter, oder was? Leute, schaut euch das an! Wo geht es hier lang? Oha, das ist auch noch mein Haus, oder was? Guck mal, das ist so im Stein reingebaut! Wie cool sieht das aus! Oha! So, ich muss erst mal weiter gucken! Und hier ist die Küche! Oha, guck mal, hier ist so ein Backstein! Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Style, finde ich! Hier, werde ich jetzt mein Essen übermachen! Nice! Und ich habe sogar ein Aquarium! Okay, nice! Und was sind hier für zwei Zimmer? Hä? Warte, wie krass sieht das bitte aus! Lasst da gleich reingehen, Leute! Hier ist noch eine Tür! Ich will erst mal hier reingehen! Was haben wir hier? Hä? Ich habe hier ein Tresor, oder was? Das kann nicht wahr sein! Leute, was könnte da versteckt sein? Ich muss die Wand auf jeden Fall zumachen! So, let's go! Ich mache das jetzt auf! Ah, hier ist noch nichts drin, aber ich werde hier richtig viel verstecken, Leute! Alle meine Dias und so! Oh, ich hoffe, Ente und IT sehen das Video nicht! Das dürfen wir auf jeden Fall nicht wissen, dass ich das hier habe! Das wäre ganz wichtig! Oh, okay, lass hier erst mal wieder raus! So, hier war noch die Tür! Was ist das hier? Hä? Warum ist das so lila und so? Hä? Oha, was ist das für ein PC, Leute? Seht ihr das? Ich glaube, ich habe jetzt einen neuen Computer, oder was? Das kann nicht wahr sein! Hä? Was ist das denn? Hier ist das mein Gaming-Zimmer, oder was? Wie krass sieht das aus! Oha, mit dieser Schallisolierung und so hier an den Wänden! Cool! Hier kann ich dann sitzen und aufnehmen! Wie krass! Hier werde ich dann sitzen und Handy-Videos aufnehmen! Wie cool sieht das aus! So, aber okay, lass erst mal raus! Ich muss noch weiter gucken! Was habe ich hier noch für ein Zimmer? Das habe ich hier überhaupt nicht erwartet! Oha, guck mal hier draußen! Wie cool! Oha, hier kann man so relaxen, Leute, mit den Freunden! Hier sitzen und die Zeit genießen! Vielleicht noch Grillen dann! Ich habe hier so einen Riesenpool, oder was? Oha, hier kann man ja richtig Marathon schwimmen! Schaut euch das an, Leute! Oha! Der Pool ist hier am Gefühl, keine Ahnung, fünfmal größer als der alte! Das ist echt krass! Und so sieht mein Haus aus! Von außen! Nice! Hier sind auch meine Grillsachen und so Getränke! Cool! So, jetzt gehe ich mal hier rein! Wo komme ich hier rein? Okay, ich glaube, unten war ich jetzt komplett durch! So, dann gehen wir doch mal hoch, Leute! Ich muss weiter gucken! Welche Zimmer habe ich noch nicht gesehen? So, was ist hier hinter? Jetzt bin ich gespannt! Wow! Oha, ich habe ein komplett neues Badezimmer, oder was? Mit so blauem Boden! Nice! Hier ist sogar eine Stehdusche! Kann ich die schon anmachen? Äh, keine Ahnung, ob die funktioniert! So, weiter geht's! Eine neue Designertoilette! Schaut euch die mal an, Leute! Und jetzt habe ich hier sogar Fenster! Da fahrt ich nie welche! Mein altes Badezimmer war ja unten auch in der Höhle! Aber okay, nice! So, was habe ich hier noch für Zimmer, Leute? Ich muss weiter gucken! So, Leute, ich bin hier wieder am Eingang! Hier war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Ist das... Das ist mein Schlafzimmer, glaube ich! Oha, was habe ich hier alles? Das hier ist also mein Ankleidezimmer, oder was? Wie nice, Leute! Ist zwar nicht so groß, aber ich kann mich sogar hier hinsetzen und dann mich anziehen und so fertig machen! Sollte für mich reichen, Leute! Mehr Platz brauche ich hier nicht! Und das ist mein Schlafzimmer! Schaut euch das an! Wieder so mit Backstein hier, okay, nice! Und hier habe ich sogar einen Fernseher! Cool, dann kann ich beim Schlafen immer Fernsehen gucken! Und hier habe ich gesehen, habe ich sogar eine Switch! Nice! Hier irgendein Porträt, da oben eine Pflanze! Okay, sieht hier nice aus, Leute! Und guck mal, meine Ausblick! Oha, ich kann hier auf meinen Pool die ganze Zeit gucken! Wie krass! Jetzt kann ich mich nie wieder pranken oder so! Ich habe alles im Blick, Leute! Und das ist sehr nice, Leute! Oha! Aber ich glaube, das war schon mein ganzes Haus, oder? Ich glaube, ich war schon in jedem Zimmer! So, aber jetzt gehe ich mich hier erstmal hier hinsetzen! So, und erstmal genießen! Mein neues Haus ist das hier, Leute! Darauf muss ich hier erstmal klarkommen! Aber wartet, ich würde sagen, ich gehe nochmal schnell zu den anderen! Vielleicht sind die auch schon... Ich bin auf deren Reaktion richtig gespannt! Und so, let's go! Wo sind die? Oha, aber da vorne ist ja Ente! Was geht, Ente? Alter, was geht, Bro? Wie geht's dir? Und wie ist dein Haus? Ja, ganz gut! Aber da fehlen noch ein paar Zimmer! Die sind doch leer, Mann! Die musst du doch einrichten! Also, aber ich bin auf dein Haus so gespannt! Ich werde dein Video auf jeden Fall ganz gucken! Was mit IT? Ja, aber ist eins auch! In der Ente ist IT! Lass uns IT gehen! IT! Was geht, IT? Wie ist dein Haus so? Das ist der Obacht, Mann! So was habt ihr noch nicht gesehen! So riesig! So viel! Oh, das sieht echt riesig aus! Ich bin auch ultra auf deinem Video gespannt, IT! Wie es da drin aussieht! Aber, Leute! Lasst ein Like, dann lasst ein Abo! Oder wenn es dir gefallen hat, schaut bei den anderen unbedingt vorbei! Und dann würde ich sagen, Tschüss! Ciao!